So, ähm, zu irgendein LTF, der ja jetzt wieder Let's Plays macht. So, weiter geht's. Äh, ich hab die Fliegen leider nicht erwischt. Fliegen? Ja, ne, Feindefliegen, was noch? Ich hab sie leider nicht erwischt, die ist mir abhanden gekommen. Was ist abhanden gekommen? Die war zu schnau. Also vielleicht werde ich wieder gestresst. Let's Plays. Tollbomb sind immer, Cops. Egal. Wo ist das? In dem Moment, in dem ich mir das Kralle fährt der Nappt mir hinterher. Egal, wenigstens lagst es nicht. Beziehungsweise hab ich jetzt nicht das Gefühl, dass wir irgendwelche Aussätze haben. Das ist auch schon etwas. Ja! Wie bist du denn ausgestiegen? Wir machen das erneut mit den Asia-Typens. Aber ich denke, wir werden jetzt erst mal vorher zur Emi-Nation fahren. Damit ich nicht ganz so ohne Waffen da stehe. Ehm, muss ich mal ganz kurz überlegen, ich weiß es eigentlich sogar, wo ich da hin muss. Und zwar brauche ich erst mal diese Zug... Ehm, Zug... Oh so... Ja... Was ich meine... Diese... Ja genau, diese hier, diese S-Bahn. So, und dann gab es irgendwo... Oder was immer das für ein Zug da oben ist, kann auch einfach... Ein-Geen-Bahn sein oder so was. Und dann muss ich mich auf jeden Fall in die Nähe vom Bahnhof begeben. Dann kann man sie zur U-Bahn, die ist da drüben. Und Emi-Nation ist hier, da sind wir eben dran vorbeigefahren. Dann schauen wir doch mal an. Haben, haben, haben will... Los! Respawn es! Nehmen wir gleich nochmal mit. Und noch ein drittes Mal. Ich hoffe ja, ich finde jetzt auch mal bald ein Panzer, damit ich nicht immer Gefahr laufe, drauf zu gehen. Haben wir einen Sinn. Mehr Waffen gibt es später, eh? Jetzt nicht. Sehr geil. Gerade im Hintergrund bei Chatterbox basht Leslo erstmal die Briten. Auch sehr unterhaltsam. Weil einer meint er will von einer Nanny gespankt werden. Da rufen aber auch solche Gesichtstermeter an. und Kunden ohne Ende. Wir steigen jetzt mal hier an. Gleich wieder. Wenn diese Typen an mich zugekommen sind. Vielleicht kann ich sie auch mit dem Auto erledigen. Man spart mir Zeit, Nerven und Energie. Ich muss nur schnell einsteigen. Gut, die schießen auf mich. Das ist schon mal ein Anfang. Und ich überfahre euch. Oh shit, das kommt jetzt. Du bist down und du bist down. So, mal schauen, was die mir hier an Waffen hinterlassen haben. Noch ein bisschen Muni. Das ist gut. Jetzt bin ich auch so ein echter Gangster. Mein Typ. Achso. Der hat seinen Wagen da abgestellt. Den möchte ich blockieren. Auch nicht schlecht. Dann überfahre ich den einfach mal. Was ist das? Bring das Geld zu Tony. Meine Wagen ist sowieso fast front, deswegen fahren wir jetzt einfach mal ins Gernwagen. Einfach mal zum Spot, um sie zu verhöhnen. Laut Gebrauchsanweisung müsste man rein theoretisch durchdrücken des rechten Sticks ein Shooting Ball machen. Geht nicht, wer es herausfindet auf der Original Xbox. Den Namen hochkriegt der von mir. Ne, aber der wird dann auf jeden Fall mal im Netflix gebührend geehrt. Weil das für mich herausfindet. Aber jetzt, das dann mal, wollen wir uns hier hin bequemen und diese Mission abschließen. Einmal geht's wieder ein bisschen besser voran. Wir haben gleich die nächste Mission von Tony. Das Treffen bei Salvatore. Oh yeah baby. Jetzt geht's zum Big Boss. Das Treffen mit dem Paten. Das Treffen mit dem Paten. So, es geht. Nun zum eingemachten, das Treffen mit dem Paten. Ah, für Gott Vater, eins der besten Filmreihen. Insbesondere der erste Teil ist auch sowieso ein Meisterwerk. Aber dennoch die Trilogie. Einer der besten Filmreihen, die jemals gedreht worden sind. Noch eins der besten Bücher, die Vorlage, die jemals geschrieben wurden. Das ist schon Kult. Genauso Kult, wie mein Unvermögen, gescheit Auto zu fahren in GTA. Aber es ist nicht nur in GTA 3, in dem ich so komisch rumfliege. Nur hier mache ich mich immer über die Physik der Autos lustig. Egal, wir holen Joey ab. Nette Lemu. Die abschalt jetzt nur nicht so zu Schrott fahren. Ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Gut, und du? Ah ja, wir haben ja vergessen Claude. Ist ja Schweizer. Wie ein Kraft. Das wäre auch mal eine interessante Idee für Twisted Metal. Eine Limousine. Können wir schon auch voll Quatsch machen. Ich meine, wenn man schon mit einem blutigen Leichenwagen da rumfährt. Oder so einem... Okay, dann warum das nicht auch. Gut, wir müssen Tony abholen. Glaube ich, ne? Komisch, müssten wir nicht eigentlich aus Luigi abholen. Ich glaube, es kommt auch noch... Luigi! Die Triaden haben jetzt schon ganz schön eine Delle hier reingejagt. Gibt es das oder gibt es das? Wenn es so weiter geht, mache ich mir hier alles kaputt. So. Ja doch, hier ist Luigi. Ich muss den auf die Hupe drücken. So ein bisschen schneller, Luigi. Scheiße, der Wagen ist gleich voll Schrott. Schon wieder. Weil die Triaden meinten drauf losholzen zu müssen. Jetzt holen wir noch Tony ab. Genau, so rum war's. How you doing, kid? Komplettes Treffen mit der Familie. Der Mücke Brasi schlägt bei den Fischen. Naja, wir werden ihm jetzt ein Angebot machen, das er nicht ablehnen kann. Okay. Genug harte Zitate. Wasch der Moon! Wasch der Rude! Wasch der Rude! F*** der Polizei! Und F*** der Nebel! Ups! Sieh gar nix mehr, bitches! Gibt es hier nicht irgendwo? Geht dieser Mist wieder los. GenCurby sucht die Lackiererei und findet sie nicht. Wer weiß, ob sie sich an die Demo wagen. Noch kann man gerne mitfahren! Naja! Und zu Salvatore ist es jetzt eigentlich nicht mehr so weit. Ah, die Lackiererei ist gleich parallel hierzu. Wir versuchen das jetzt trotzdem so durchzuklopfen. Bei meinem Glück fällt ich dann. Soh! Ich steige mal ein. Kollege. Ja, tolle Sonzeiess! Feiße! Okay, ich muss, ich muss die, ich muss in die Lackere reinfahren. Oh, frisst mich jetzt nicht. Scheiße. Oh, ihr fucking Asiaten, ey. Was soll denn das? Ja. 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 Arschst mich doch. Holy crap, ich bin da noch rausgekommen. Also eigentlich ist es jetzt, die sind noch sehr schwer machbar. Aber die Idioten... Na, vielleicht schaffen wir es ja doch. Die Idioten, die... Ja, ey, ich hab die abgehängt. Weil die ausgestiegen sind und sich in eine Schießerei mit den anderen Mafios, die es verwickelt haben. Nur nicht mehr irgendwo gegen haben. Oh, verarsch mich doch. Oh, egal, ich fahr diesen Typ mit um. Dann müsst ihr es schaffen. Richtig mit dir. Verdammter Scheißdrick. Okay, ich soll hier parken. Wir haben es geschafft. In dein Face! You did good back there, kid. Real good. Come on, let's introduce you to the Don. Hey, Luigi. Oh, my girls, they've been missing you so long, Salvatore. You bit away too long. Tell them, once this unfortunate business is taken care of, we'll all go down to the club and celebrate, okay? Here's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey, your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on it. Tony! How's your mama? She's a great woman, you know. Strong. Firenze. She's good. Fine. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you, my boy. So, ab sofort können wir auch Missionen von Salvatore annehmen. Sehr geil, da wir jetzt schon mal hier sind, mach ich das doch gleich. Äh, da ist ein Gang, okay. Auf Piste mit Maria. Me and the fellas need to talk business, so you're gonna look after my girl for the evening. Hey, Maria! Move your butt. Dumb bro does this every time. And here she is, the one and only Queen of Sheba. What were you doing up there? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car, and keep your big mouth shut. Take the limo but bring it back on one piece, you hear me? And watch her. She can be troubled. Yeah, yeah, yeah. I'm sure your new lap dog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, fighter, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station at the Chinatown Waterfront, I think. It's interesting, the old one is still there. Well, loud tablets help there, right? Because he was sleeping very well. He was in his Pimper bed. Hey, come on, don't go. Don't go. Very fittingly, now Fernando Martinez's love tips The guy, generally, is one of the two interesting Chatterbox-Interviews. That's what you should do. You should have to look into it. Paraphrasied, so briefly, it's about Fernando, women, in principle, to save their marriage, just to save their marriage. No, he's asking for men to save their marriage, so they can save their marriage, indem sie einfach mal mit irgendwelchen anderen Frauen rumvögeln. Er meint aber das gleiche kann man auch auf Frauen übertragen. Also ziemlich strange der Typ, was der für Liebesbeziehungstipps hat. So, den Drug Dealer Chico. Maybe you should check out the warehouse party at the East Side of Elana Keys. Thanks Chico. See you around. Gracias. And enjoy. It's good stuff. Interessanterweise. Come on Futter, let's go and check out this car. Nein, was dazu interessanterweise. Irgendwie ein Klischee, aber auch ein bisschen rassistisch, das Chico. Zu den Südamerikanischen Staaten werde. Das war so die Weltansicht von den Amis Anfang 2000, dass alle Slogan-Dealer aus dieser Gegend kommen, müssen zwangsweise. Oh, wir sind gerade in Chinatown-Gebiet, merklich. Aber egal, wir haben es ja noch geschafft. Ich bin gerade selbst darüber erstaunt, dass ich mal nicht so viel Mist gebaut habe und mit ein paar Missionen mal ein bisschen hier vorankomme. Das ist ein Applauswert, ne? Applaus, 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 Applaus! So. Wir fahren also jetzt, wie gesagt, Maria zu einer Party. Wer ist da jetzt gerade auch nicht dran. Ausnahmsweise darf es jetzt ein bisschen gechillt mal zugehen. Nur bin ich, Idiot, falsch abgebogen und fahr jetzt einen schönen Umweg. Das ist so geil, dieses Interview mit Fernando Martinez. Ihr müsst es euch echt mal anhören. Vor allem auch, was der für einen Akzent hat. Mit den All-Early-All-Dipers, äh, äh, äh. Jetzt, fucking Taxifahrer. Diese Besoffenen in der können auch nicht Autos fahren. Ihr habt eine Dandere. Okay. So, Maria. Geht erstmal dansen. Ein bisschen schneller, wenn's geht. Heute noch. Das geht auf meine Recording-Zeit drauf. Die deckten sich auch so, Nja, der Ginkabillage-Bake. Die müssen jetzt mal verarschen. Den wollen wir jetzt mal richtig verscheißern. Oh, komm schon, Maria. Wirklich. Ooooooh. Fuck. Oh shit. Jetzt kriegen wir Besuch. Maria? Maria? Okay.